Hey Leute, kurzes Hands-On zum Acer Liquid S1. Unten haben wir natürlich eine Zurück-Menü und eine laufende Anwendung-Taste, oben Hörmuschel, Frontkamera, Licht- und Annäherungsgänse und einen Acer-Schriftzug. Auf der Oberseite finden wir einfach nur den 3,5 mm Klinkenanschluss, an der Seite die Ein-Aus-Power-Taste und einen schicken Rahmen. Unten hin dort finden wir dann natürlich ein Mikrofon zum Telefonieren und auf der rechten Seite noch viel, viel mehr Rahmen. Eine Lautstärke-Wippe. Auf der Rückseite finden wir eine Kamera, ein zweites Mikrofon, sowie einen Single-LED-Acer-Schriftzug, einen Lautsprecher. Ja, das war es erstmal mit diesem kurzen Hands-On. Danke für eure Zeit. Ciao. Selbes Video, diesmal mit Spezifikation. 5,7 Zoll ist das TFT-LC-Display groß mit HD-Auflösung. Android 4.2 Daily Bean und der MediaTag 6589 treiben das Ganze an. 1,5 GHz hat jeder von den vier Kernen. Dazu kommt eine 8 Megapixel Hauptkammer, die Videos in 1080p aufnehmen kann bei 30 Frames per Second. Außerdem mit dabei, ja was heißt mit dabei, das Ganze wiegt 195 Gramm, ist echt nicht leicht. 8 GB interner Speicher, 32 können weitergereicht werden per MicroSD und 1 GB RAM. Und zu guter Letzt, HSPA Plus und Bluetooth 3.0 sind ebenfalls mit an Bord. Das war es dazu. Dankeschön für eure Zeit.